Servus und Hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Review. Heute soll es gehen um den 2019er Film Aladdin, also die neue Realverfilmung des Animationsfilms von Disney. Zur Geschichte brauche ich glaube ich nicht gar so viel Sorgen, der folgt nämlich ziemlich genau der Geschichte des Animationsfilms. Wir begegnen dem Aladdin, der ist ein Dieb, macht gemeinsam die Straße von Agrabah unsicher mit seinem Affen Abu und bei einem seiner Streifzüge lernt er die Prinzessin Jasmin kennen. Die ist dort im Grunde, ja man könnte einfach sagen undercover, also sie ist, gibt sich nicht als Prinzessin zu erkennen. Der Aladdin verliebt sich in sie und kommt dann auch eben drauf, wer sie dann im Grunde ist und ja, versucht zu ihr zu kommen, wird dann dabei gefangen genommen und dann tritt der Jafar auf den Plan. Der Jafar, ja, erkennt im Aladdin etwas ganz Bestimmtes und versucht ihn dazu zu bringen, für ihn in eine Höhle zu gehen und dort eine Wunderlampe herauszuholen und im Gegenzug verspricht er ihm eben die Freiheit. Nur dann geht so einiges schiff und es läuft alles ein bisschen anders wie geplant und plötzlich ist eben der Aladdin im Besitz dieser Wunderlampe und man kommt auch darauf, dass die Intentionen vom Jafar nicht die besten sind. So, viel mehr braucht man noch nicht dazu sagen. Wie gesagt, ich bin mir fast sicher, dass sehr viele von euch den Animationsfilm gesehen haben und jetzt wahrscheinlich auch einfach darum geht, lohnt sich diese Neuverfilmung, wenn man den Animationsfilm kennt und die Frage lässt sich für mich an der Stelle relativ einfach beantworten, nämlich nein, absolut nicht. Wenn man den Animationsfilm kennt, kann man mit ruhigem Gewissen dabei bleiben, da versammt man überhaupt nichts, wenn man sich den neuen Film anschaut. Das liegt für mich an mehreren Gründen. Nummer eins, die Sets. Die Sets sind sehr bunt, sehr überdreht, sehr musicalmäßig aufgebaut, nur hat man in keiner Szene das Gefühl, man ist wirklich in Tausend und Einer Nacht, sondern man hat immer das Gefühl, man ist irgendwo auf einer Bühne am Broadway oder am Londoner West End, wo gerade das Musical gedreht wird. Die Stadt schaut nie zu irgendeinem Zeitpunkt echt aus, sondern es ist alles irgendwie überzeichnet. Das wirkt alles irgendwie so, wie wenn es auf engstem Raum gedreht wurde. Das ist ja auch durchaus so, da wurden ja nur ganz wenige Sachen on location gedreht. Das ist schon einmal das Erste, was wahnsinnig geschaut ist. Das Zweite, was mir sofort aufgefallen ist, der Affe, das CGI vom Officer Frechheit. Das schaut wirklich teilweise aus wie zu finstersten Planeten Affen Michael B-Zeiten. Und ein ganz großes Problem habe ich mit dem Antagonisten. Der Jafar ist, wenn man diesen Film Aladdin, den Animationsfilm anschaut, wirklich eine absolut furchterregende und furchteinflößende Kreatur. Er hat keine Moral. Er steht über allem. Er ist sehr düster, sehr finster, wirklich bedrohlich. Und was in dem Film mit dem Jafar gemacht wird, sorry, aber Disney, was habt ihr euch dabei gedacht? An der besten Disney-Bösewichter so verschandeln. Der ist zu keinem einzigen Moment in irgendeiner Art und Weise furchteinflößend. Der ist lächerlich. Sorry, dass ich das so sagen muss. Das ist eine Witz. Der ist echt eine Witzfigur. Er ist ein Plot-Device. Nichts anders ist er in dem Film. Das wäre sehr, sehr viel besser gegangen. Man hätte da vielleicht einfach nur zwei Schauspieler weiterschauen können. Und zwar zu dem Schauspieler, der den Hauptmann der Leibgarde vom Sultan spielt, dann hätte man den idealen Jafar gefunden, meiner Meinung nach. Der hat die Ausstrahlung. Der Hauptdarsteller, also der, der den Jafar spielt, hat zu keiner Art und zu keinem Moment die Ausstrahlung. Sorry. Noch dazu ist ja der Film vom Guy Ritchie gemacht. Das ist schon ein Auftragswerk. Das ist jetzt alles klar. Und ich bin da auch so fair, dass ich echt sage, okay, Auftragswerk ist. Und er wollte halt einmal einen Film für seine Kinder machen. Zumindest hat er das immer betont. Nur seitens von Disney muss man da einfach fragen, warum hole ich einen Guy Ritchie? Wenn dann sowas rauskommt. Bis auf zwei, drei kleine Szenen. Schaut er nämlich zu keiner Art, zu keiner Sekunde auch nur ein Funken vom Guy Ritchie durch. Das ist alles generisch. Das ist alles lieb und das ist alles nett und das ist alles brauchbar. Aber den Guy Ritchie hätte es nicht gebraucht dafür. Tut mir leid. Also da schaue ich mir dann tatsächlich King Arthur lieber an. Weil da ist wenigstens, der ist jetzt auch nicht ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Film, aber da sieht man wenigstens, was Guy Ritchie ausmacht. Und da muss man, das kann man dann schon so sagen. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Positive. Songs. In dem Film wird relativ viel gesungen. Das kann man mögen, kann man nicht mögen. Das ist immer subjektiv. Hat mich nicht rausgerissen. Mit einer einzigen Ausnahme. A Whole New World ist einer meiner absoluten Lieblings, Disney Lieblingssongs. Der wird da auch gesungen. Großer Vorteil in voller Länge. Großer Nachteil in einem modernen Arrangement. Ja, man sieht halt anhand von dem, wie eintönig das Musikbusiness mittlerweile ist. Weil da wird so ein zauberhafter Song genommen, der wirklich Ganselhaut verursacht, wenn er denn in diesem Animationsfilm vorkommt. Und was macht man, was macht man im Disney-Animationsfilm? Man legt einen Beat runter. Alter! Das macht jeder, jeder durchschnittliche Popkünstler macht das heute. Das ist, es ist so schade. Es ist einfach nur schade. Und das ist halt auch wieder sowas, wo man einfach merkt, wieder, es ist halt ein Produkt. Es ist keine Kreativität drinnen. Man möchte da nur noch einmal schnell Kasse machen. Einen großen Pluspunkt hat der Film aber tatsächlich. Und das ist der Will Smith. So viel wurde über ihn gesprochen. So viel wurde über ihn gelästert. Nach dem ersten Trailer. Memes. Was soll das? Das schaut alles ganz fürchterlich aus. Und der blaue Mann und der Will Smith und bla. Leute, wenn der Will Smith nicht wäre, dann hätte man da wirklich ein Problem in dem Film. Der ist nämlich wirklich super. Er, natürlich kommt er nicht zum Robin Williams-Survey. Komm, das geht auch nicht. Das ist auch absolut unmöglich. Das muss man an der Stelle wirklich sagen. Das geht, wird niemals mehr gehen. Aber was der Will Smith macht, er gibt dem Genie eine eigene Seite. Er gibt in eine eigene Richtung. Ich hätte noch viel mehr gern gesehen, so von seiner persönlichen Geschichte. Also er hat da gerade beim Vorstellungssongs, da wird ein bisschen variiert und getan. Das finde ich ganz reizvoll. Und da hätte ich viel, viel mehr noch gerne gesehen. Grundsätzlich ist er aber einfach ein Schauspieler. Man kann natürlich müde sein, ihn zu sehen. Das verstehe ich auch im Grunde. Aber er hat halt ein Charisma. Im Gegensatz zu sämtlichen anderen Menschen, die da drinnen mitspielen, hat der ein Charisma. Und hat der eine Ausstrahlung. Das hat nämlich keiner von den anderen. Das ist alles irgendwo austauschbar. Auch leider gut, dass die Jasmin ist austauschbar. Die ist zwar okay. Sie macht es gut, aber halt auch nicht mehr. Und das ist alles so irgendwie halt, ja. Also, grundsätzlich zusammengefasst möchte ich einfach sagen, wer bisher Disney-Realverfilmungen kritisch gegenübergestanden ist. Und immer der Meinung ist, dass Disney nur einmal noch einmal zur Bank geht mit solchen Real-Neuverfilmungen. Dessen Meinung wird sich noch Aladdin nicht ändern. Das möchte ich an der Stelle wirklich ganz fest betonen. Das ist keine kreative Herangehensweise. Das ist bei den Numbers genau so, wie es im Animationsfilm ist, gut. Der Fokus switcht ein bisschen hin und her zwischen Jasmin und Aladdin. Das ist okay. Das tut dem Ganzen auch gut. Aber im Grunde wird zu keinem Zeitpunkt der Ernst der Lage irgendwo bewusst. Keine Figur aus dem Mazzini hat eine Gravitas. Keine Figur hat einen gescheiten Ark. Es ist alles irgendwie einfach da. Und leider ist das, ja, leider ist das halt für mich zumindest so gewesen. Aladdin ist ein Film, den ich mir sicher nicht noch einmal in der Art und Weise anschauen werde. Ja, aber man hat sich den halt einmal angeschaut. Ich war sehr gespannt eben, weil Guy Ritchie und den, aber das war leider nichts. Für mich gibt es deswegen auf der zehnteiligen Bewertungskala Hase 4 von 10 Punkten. Und den gibt es auch nur wegen in Will Smith. Und ja, weil die Geschichte einfach trotzdem irgendwie lieb ist, aber dafür kann der Film nichts, sondern der Animationsfilm. Das muss man einfach drinnen. Sorry, aber so ist es. Und ich bin halt einfach immer ehrlich, wenn ich da vor euch sitze. An der Stelle darf ich mich auch schon wieder verabschieden von euch. Danke, dass ihr auch heute wieder reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.